2, 1, hallo und herzlich willkommen zu Minecraft Paintball im Rahmen von, wie hat euer Projekt nochmal? Ich habe es vergessen. Minecraft Groove. Minecraft Groove, da mit dabei die GeeksGuard, die Julia, der Lobios und der Mechmanos. Hallo. Hi, ich will ja noch einen blauen Block als Kopf. Ja, du auch. Okay, wir spielen Paintball. Wo schießen die alle hin? Wo schießen die alle hin? Ich glaube, wir schießen die Leute ab. Ich bin raus. Wieso? Wieso bist du raus? Ich bin ja relativ schnell. Also nicht authentisch. Warte mal, ich bin doch blau, oder? Ja, ja, ich auch. Ich muss auch wieder runterlaufen. Ich weiß gar nicht, warum ich mich betroffen, Mann. Der Julia. Was ist denn das Goldnugget? Wow. Killcoins. Keine Ahnung, das sind der Kill. Ah, okay. LOL, ich komme keinen mehr noch. Ich habe schon einen Kill gemacht, das war es aber auch schon. Ich bin ganz schön lustig irgendwie, wenn man getroffen wird und sofort ist man wieder tot. Wow, wow. Boah, die Blüste sind die hier. Ja, ein paar von denen haben wirklich viel Aim, was das Spiel angeht, anscheinend. Ja. Also mir geht das ein klein wenig zu schnell gerade, glaube ich. Ähm, die Frage, die ich mir stelle, wo sehe ich, welches Team ich bin? Problem ist, der eine hat irgendwie Triple Shot oder sowas. Also wir sind im blauen Team, das haben wir gewählt vorher. Ach, ich bin im Waisen. Deshalb. Ey, ernsthaft? Oh Gott, das ist ja irgendwie krank. Ja, der kämpft dann mit Triple Shot vor der Base von uns. Ja, ich sehe es gerade. Ich habe gerade umgedreht. Da fragt sich echt, wo hier das Spiel passt. Äh, das gibt es ja nicht. Wie viele Leute? Ach, die, die buggen. Was haben wir für eine Lobby gehabt mit wie vielen Leuten? Lobby 1 mit 40 Leuten. Was sind jetzt kaputt? Problem ist, ähm, die Cheatregner. Weil du wurdest quasi, den Schießen durch die Wand durch, mit den Schneebellen. Ja. Ja, ich habe auch das Gefühl. Alter. Ja, das war wie letztens, ja, das ist, es gibt halt solche Leute. Es ist wie bei Bedwars, da war zum Beispiel auch einer, den konntest du abschießen, ist immer wieder an dieselbe Position zurückgekehrt. Okay. Und hat den Stand halt weggeballert. Das ist immer super. Warte mal, ich gehe jetzt mal an die Tafel. Ich gucke mal, ob wir vielleicht eventuell in einen Game gehen können, wo weniger Leute rein können, weißt du? Ja. So 16, äh, mal hier, die Swamps zum Beispiel mit 16 Leuten per Game oder so. Swamps, wir haben mal rein. Okay, da können wir noch rein. Ja, bin drin. Dann machen wir das mal. Okay, ich gehe auch rein. Ich tue grünes Team wählen. Okay. Okay. Zack. Me too. Bin auch grün. Bin auch grün. Bin auch grün. Dann gehen wir weiß, komm. Ja, dann geht ihr weiß, das macht ja nichts. Wir können ja ruhig auch gegeneinander, so ist nicht. Ich bin auch weiß. Was? Was? Ist egal. Aber irgendwas musst du ja an der Hand haben. Ja, jetzt bin ich weiß. Als jetzt bin ich in weiß. Okay, Leute. Ich hoffe, dass es nicht ganz so chaotisch wie gerade eben. Ey, das ging ja so schnell vorbei. What the fuck? Das ging ganz schnell. Ja, wir, die hatten, wenn die mit Cheatern spielen, ist das klar. Ja. Die alle die Blöcke setzen. Jetzt sehen sie alle wenigstens noch normal aus. Gerade eben konnte ich niemanden erkennen, weil alle die Blöcke als Kopf hatten. So. Ja, stimmt allerdings. Wir haben... Wir haben... Nein, so nicht. Und 16. Äh... Das ist wenigstens nicht ganz so chaotisch. Okay. Ein Techno-Creeper. Oh mein Gott, es geht gleich los. Ja. Ja, so gut. Ein Nancy. Hi. Oh mein Gott. Ein McInnis. Wir werden sterben. Zwei, eins. Und jetzt sind wir tot. Attacke. Los, Angriff. Hallo, Flupius. Oh nee. Okay, das sieht schon mal besser aus, finde ich. Ich bin auf jeden Fall noch nicht tot. Lol. Oh, ihr schlagen die Schneebälle ein. Schneebälle ein, ne? Die Adamella hat sich jetzt vorbeischend aktiviert. So eine... Ach, jetzt wieder so einen von den Leuten mit... Okay, ich hab mich schon mal vorgepurscht und zwar von der anderen Seite. Ich umlauf die jetzt mal. Wow, ich kann hier bei das Born-Base warten. Ist ja übel. Ich bin übers Wasser gelaufen. Ich hab doch den 50 Mal getroffen, ey. Ja, Mr. Adamella hat irgendwie fünffach Schuss mit Superspeed angeschalten. Ihr müsst ganz links an der Seite lang laufen. Da lauf ich gerade lang. Ja, guck mal, guck mal, was der alles aktiviert hat, Mr. Adamella. Links an der Wand, okay. Ah, lol, ich bin ja beschossen. Ah, verdammt. Schade, ich hab zwei genommen. Ich hab zwei von hinten genommen. Ernsthaft? Oh, fuck, Flupius. Ich glaub, ich hab noch nicht einen einzigen getroffen. Wieso nimmst du die von hinten? Das ist ja ekelhaft. Oh, da war ein Kills. Ach so, das ist ekelhaft? Was ist denn da los? Ist das überhaupt noch Lügenfrei gerade? Ihr müsst an den Seiten langlaufen. Da laufen die meistens auch lang. Ja, das mach ich auch gerade. Ich geh jetzt mal über die rechte Flanke. Ich laufe Tino hinterher. Oh, mach, 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 mach. Oh, loo. Tino stirbt, stirbt. Ja, ab ich. Du Sack, du Sack. Warum habt ihr nicht reagiert? Was denn? Jetzt fehlt da nicht nur noch einer, der schreit, A lang, alle A lang. Ja. Alle A lang, genau. CSQ hier. Ich gehe mal immer weiter lang, alle links an der Seite. Bridge, stairs. Lobios! Oh nie! Lobios! Oh nein! Du hast mich gekillt! Tino! Inakzeptabel, inakzeptabel. Anus! Das kann nicht sein. Manus! What the fuck, wo ist er denn? Oh nie! Nein! Nein! Was soll ich? Bleib stehen! Nein! Ich bin dran! Ja! Nein! Wow! Was war das jetzt? Ich habe keine Ahnung. TNT, lol! TNT, lol! In der Luft. Der ist ja übel. Jetzt steht jemand! Mann, wie wirst du treffen? Die haben einen Aimbot oder sowas? Ja, scheinbar. Das war ich. Ernsthaft? Ja. Er hat mich schon wieder gekillt. Da war der mein Freundchen. Nein! Oh, den habe ich jetzt gekriegt? Mich! Du hast mich! Oh, nice! Kommt ja nicht wieder raus aus dem Wasser. Das Wasser hat mich gefallen. Also das gefällt mir schon um einiges besser, muss ich zugeben. Ja, das ist ganz lustig. Naja, es geht. Ja, durchschnitt halt. Ja, es ist ähm... Wir sind auch überdurchschnittlich schlecht. Das darf man auch nicht vergessen. Oh, da habe ich ihn! Da habe ich ihn! Der einfach dreimal... Jaja, der killt die... Ich hab null Killcoins, ja? Oh, da habe ich ihn schon wieder. Oh, wer ist denn jetzt erster? Mr. Atma... äh... Oh Gott, Gott! Das Problem ist, man sieht nicht, wie viel man selber gekillt hat. Kann das sein? Ja doch, man bekommt Killcoins. Es steht recht. Es steht recht. Achso, fünf. Das ging aber jetzt echt flott. Kiss, sechs. Oh ja. Winz noch mehr. Jojo. Jojojo. Ah, der Mellow war so fies. Lass uns einfach mal nochmal in die Lobby reinhüpfen. Und ich würde sagen, die Folgen gehen eh nicht länger als 15 Minuten. Dann spielen wir jetzt hier die Folge noch Paintball und dann nochmal... Ah, wenn ich wieder Swarms oder... Ähm... Ja, ich denke mal, dass das auch alles immer andere Maps sind. Ja, ja, logisch, klar. Babyland hört sich lustig an. Oh ja. Komm, lass uns das mal machen hier. Babyland, auf geht's. Babyland. Ich wähl' gleich mal das rote Team und dann... Okay, rotes Team. Ja, ich bin im roten... Red, 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 red. Ich bin... Ach, war der falsche Lobby. Oh, verdammt. Ach, Maru. Maru. Nein, ich wurde die falsche Lobby gesetzt. Was soll ich denn machen? Du... Alter Lobby-Cheater. Äh, wie ruhig das Lobby wieder raus, sagt mir auch keiner, ne? Ja, wir sind ohnehin voll. Das ist das Problem. In 3, 2, 1, geht's los. Maru spiel einfach mal irgendwas anderes an. Es geht meistens sowieso in die Schlange. Dann kommt dann schon mal in die Lobby 1 nachher... Oh, das ist also Babyland. Oh ja, jetzt weiß ich schon, warum das Babyland heißt. Lauf einfach mit einem hier mit. Und dann... Hallo, Bios. Ach, mein YouTuber anscheinend. Manus, Mensch. Wow. Wow, fuck. Das stand ja genau vor mir. Was tut das, Nancy? Nein. Ich bin im roten Team. Ja, da standst du grad vor mir, genau. Oh, die Cheaper, die sind ja schon in der Base, ey. Ah, da hab ich sie. Ich hab einen gekillt. Ja. Das ist ja voll mies. Die VIPs können diese Fähigkeit schon anschalten, ohne einen Kill zu machen. Naja. Du hast mich gekillt. Ja. Entschuldigung. Wie kannst du nur? Ich glaub wir ähm... Strong arm. Arm. Ah, come on. Schießt du zwar mal auf den und bist du tot. Das ist doch geil. Oh, shit. Oh Gott. Ich hab nur noch vier Bälle. Ich hab nur noch 16. Light, ich hab nur noch einen. Nein, ich bin noch hoch. Oh, das war ich auch. Verdammt. Das war aber jetzt so knapp. Ich bin nicht ganz... Ich bin... Wie viele Killpoints hab ich eigentlich? Null. Fuck. Ich freu mich. Es hat schon jemanden gekillt. Glaubst du es nicht? Der ist im Ziel. Ich hab es zweit. Oh Gott, da ist einer. Ein Kill. Yay. Der hat Creeper gesetzt. Oh Gott. Das gibt's doch nicht. Geh weg. Wieso kann ich nicht schießen? Wieso kann ich nicht schießen? Geh weg. Ah. Mal bin ich blöd. Mal bin ich dumm. Ich bin dumm. Oh, die... Creeper. Oh Gott, bin ich... Oh, Leute. Was hast du denn? Was hast du denn? Ja, was ist denn... Mit welcher Taste schießt man Schneebälle? Ja, mit welcher Taste schießt Julia Schneebälle? Links. Was hast du denn gesagt? Julia wird noch hauen. Julia wird noch hauen. Oh, was ist da los, Julia? Das ist ja cool. Ach, Julia. War es nicht anders zu erwarten, oder? Oh, man. Ja, genau. Er trifft mich. Ich habe auch mal einen Killpoint gemacht. Oh, Scheiße. Ich habe auch schon zwei gemacht, glaube ich. Ich hätte mal voll gewonnen, ja. Oh, ne. Oh, Lobius hat Probleme. Was ist los? Oh, ne. Ah, fuck. Hat er mich noch erwischt, der Sack? Oh, ne. Oh. Oh, Gott. Du musst alles ausnutzen. Oh. Was willst du ausnutzen? Ja, ich mache schon weg. Wie kann man eigentlich die Pox laden? Weiß das jemand? Was? Ist das automatisch dieses Triple-Killzeug? Aber wenn du den Coin benutzt, aber nein. Das ist wenn du entweder, wenn du bezahlt hast. Na, du kriegst auch diese, du kriegst auch diese Dings für die. Ah. Wenn du ein, wenn du ein Triple-Kill machst, kriegst du dann dieses Triple-Shot-Ding. Oh, come on, ey. Und du, ansonst kostest du halt Münzen. Ja. Wie du halt, okay, eine Münze kriegst. Ah, 14 Kills habe ich. Ich habe neun. Ich könnte 300 haben, wenn ich die richtige Taste gewählt hätte. Ah, 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 ah. Ne? Oh, jetzt habe ich auch mal acht Kills und kann die einsetzen. Fuck. Äh, Lightning. Enter Perle. Okay. Was haben wir hier noch? Triple-Shot. Okay. Ich habe zwei gekillt. Na. Ich habe elf. Okay, das schaffe ich jetzt nicht mehr noch ein paar mitzunehmen. Äh, Creeper-Head. Nee. Da fallen die ganzen üblen Sachen hier mal raus. Lassen wir mal los. Ja. Oh, was ist mit dem Creeper? Oh nein, ich habe gerade ne Flashbang gekauft. Hey, mit meines Totes. Make it. What? Nice. Wie hast du das geschafft? Ja, die anderen abgeschossen. Ich habe gerade eben das Haus gefunden, dass man die Coins einlösen kann. Ganz clever. 510 Coins. Was? Okay. Kannst du dir dann in der Lobby Sachen kaufen? Cool. Okay. Äh, was machen wir jetzt? Moment. Cosmetik-Upgrades, Perks? Was gibt es bei Perks? Achso. Weg raus, ne? So, können wir weitermachen, gleich zusammen. Ähm. Oh, wo ist jetzt? Wo sind die? Wo sind die Lobbys? Ähm. Moment. Ich bin hier wieder am Spawn. Ich würde sagen, eine Ohne, die wir schaffen in der 15 Minuten Aufnahme. Wir könnten in Ägypten, also in Ägypten gehen. Okay. Warte, ich könnte erstmal in der Lobby kommen. Bin ich drin? Ja, ich muss auch erstmal hin. Seid ihr schon über den Ägypten? Ja, es sind noch nicht alle da. Ich gehe in Orange, ziehen gleich mal rein. E-Chip, ich bin drin. Wo, 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 wo? Welche Lobby hier gibt's? Äh, E-Chip, das ist zweite von links. Okay, Orange. Und voll Orange. Wir gucken nicht mal, ob er da ist. Ab in Team Orange. Bist du drin? Ja. Seh dich nicht. Aber Orange ist schon voll. Ja, ich bin drin. In Orange. Ah, da bist du, Maru. Maru. Wollen wir ins blaue Team kommen? Einfach nur, weil wir's können? Ja. Okay. Bin ich blau. Oh, da werde ich euch so vernichten. Okay. Julia, du solltest lieber in mein Team gehen. Nein, komm in unseres. Du willst doch gewinnen. Julia, komm in das Gewinnerteam. Nein. In das Bro-Team. Nein. Lasst euch überraschen. Nein. Lasst euch überraschen. Lasst euch überraschen. So, wie viel sind schon drin? Äh... No in blue. No, we are still blue. 11. Achso. Wir sind schon blau, mein Freund. 12 von 28, 13. Ding, ding. Ich erwarte jetzt eine riesengroße Pyramiden. Nur so. Los. Schauen wir mal. So ist es schon lustig. Also... Ja, wenn man weiß, wie man schießt schon. Wenn du... Siehste? Jetzt macht's dir bestimmt auch mal Spaß. Jetzt gefällt's mir auch. Ja, ne? Und denkt man, die Coins könnt ihr einlösen, ne? Also... Also... Wenn ihr... Wenn ihr... Wenn ihr dreifach Töte macht, dann kriegt ihr ja nur, wenn ihr dreifach Kill macht, ohne zu sterben. Oder mit den VIPs. Du kriegst drei Killmünzen. Okay, es geht los. Es geht los. Ne? Oh mein Gott. Wir brauchen noch zwei Stück noch. Zwei. Einer. 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 Ich habe jetzt meine Fähigkeit eingeschalten. Oha.. Ja. Ich habe... Habe ich ihn noch? Ne. Er hat mich gefrackt. Woa, wie die hier voll rübershooten von da drüben, ey... Gar nicht. Boa, oh, oh, oh! Boa, ich bin ja überhaupt in Schweid gekommen. Boa, ich habe jemanden getroffen! Wuhuu! Äh, weißt du wo ich jetzt hingehe? Kann man auf die Pyramide? Irgendwie... Keine Ahnung... Könnte sein. Ähm, ich liege unter Wasser. Das kann ein paar Stunden dauern. Also so macht man definitiv erstmal pauschal keine Kills. Okay, ich glaub, man kommt noch nicht drauf auf die Pyramide. Also ich glaub... Oh ja, ich streue. Fuck. Ja, ja. Also wenn man Jump and Run Skills hat, kommt man da sicher hoch. Aber ansonsten... Da kommst du nicht hoch. Ja, ich hab ihn. Oh nee, ich komm hier keinen Meter. Hab den nächsten. Oh Gott, da wurde ich... Ich hab nur einen einzigen Kill, wie machst du das? Rand ist übrigens scheiße, ne? Oh, ich hab wieder einen getroffen. Okay, ein Tor. So, getroffen. Ich war tot, währenddessen ich gelaufen bin. Toll. Ich bin noch nicht mal... Ich hab jetzt vier Kills, was ein bisschen mager ist. Jetzt, wenn ich bin, das war mag. Ja, ja, demotivier mich nur, Lobby. Schon klar. Ich hab nur drei. Nein. Drei sind doch... Gut. Ich muss erstmal versuchen, mitten ins Blaue zu schießen hier. Ich seh nix. Wuh. Woh, der hat mich dann gekriegt. Wir haben uns gegenseitig erschossen. Da hat mir die Map aber vorher besser gefallen. Die ist schwieriger. Boah, jetzt nehm ich weg. I've got no balls. Ich hab einen einzigen Ball left. Lol. Ich bin leer. Oh Gott. Lol. Also auf der Map vorher hab ich merken... Die ist schon vorbei. Babyland war... Lol. Ernsthaft? Nein. Hat sich gerade so angehört wegen den Raketen? Ah. Nee. Ich bin schlecht. Also... Ja, schlecht bin ich schon, aber die Map vorher war ertragreicher. Lol. Uni. Uni. Bin schon wieder tot. Boah, ich geh jetzt mal über die rechte Flanke. Ja, du hast ja auch über Kilometer irgendwo einfach hingeschossen und hingezogen. Komm, machen wir einfach das gleiche. Einfach schwer rüber einmal. Boah, die schmeißen wir mal schnell. Oh nein. Es regnet Schneebälle. Also da mit dem Triple Shot, das ist schon zu hart, ey. Ja, das ist mega hart. Uni, der hat mich getroffen. Oh. Hat sich davor angeschlichen, die Gurke. Ich hab eben zu viel angegeben, jetzt schaff ich nichts mehr. Also Babyland fand ich um einiges einfacher. Aha. Babyland war cool. Uni. Auf Sand läuft. Ne, fürs nächste Mal wissen wir das, dass wir nur die Map spielen. Wieso? Was macht Sand für einen Unterschied? Irgendwie bist du schon... Äh... Sand macht keinen Unterschied. Ne? Ne. Mir kommt das so vor, als wäre man da langsamer läuft gerade. Zweimal weh und hüpfen. Oh nein, ich hab keine... Zwei Kills? Ernsthaft? Oh, der hat ihn erwischt. Ich hab auch nur ein paar. Boah, die hab ich doch getroffen, das gibt's doch nicht. What the heck? Wie viele Kills habt ihr? Ich hab vier, das ist schlecht. Ich hab zwei. Fünf. Sechs Kills. Fünf. Wow. Was? Wie hängt ihr fest? Boah, da kommt ein Triple Shot an. Ein Triple Shot? Ja, der hat mich getroffen von deinem, der hat mich noch nicht mal gesehen. Okay. Erstmal pauschal immer dahingeschossen, wo meine Welle herkamen, wahrscheinlich. Hat der mich denn erwischen können? Äh, über welche Flanke geht der über rechts oder über links? Ich geh immer über links. Jetzt mal über rechts. Einfach, weil ich's kann. Also die gleiche Seite. Oh Gott, Judo, was hat Leroy Jenkins angeschalten? Was? Leroy Jenkins? Oh, jetzt wird's ganz gefährlich. Oh, ein Huhn kommt auf mich zu. Sieht ganz gefährlich aus. Uh. Yeah. Ich hab... Oh, ich hab keine Bälle. Moment, glaub ich, hab ich... Äh, ja. Wir sind durch. Deswegen. So, und ich würde sagen, das wäre auch das Ende der Folge. Wer hat anmoderiert. Boah. Okay, dann. Danke fürs Zusehen. Kicken die Lernern an. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ausnahme. Tschüss. Tschüss. Tschüss.